Guten Tag, mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin jetzt Ihr Märchenonkel. Die Sonne war an einem Montagmorgen aufgegangen, obwohl sie eigentlich keinen Bock auf Arbeit hatte. Doch eine Urlaubsvertretung war weit und breit nicht auftreibbar gewesen, und so musste sie eben selbst auf die roten Ziegeldächer des kleinen Dorfes vor der Dupfenhausen scheinen. Der Ortsname ist frei erfunden, eine Anmerkung der Redaktion. Das Wahrzeichen dieser Ortschaft war übrigens der Kirchturm, auf den alle Einwohner wahnsinnig stolz waren, weil er die Form einer Tulpe hatte. Außerdem klangen seine Glocken nach einem mit roter Farbe bestrichenen Vogel Strauß. Wer den Turm zu Gesicht bekam, hielt ihn zwangsläufig für den schönsten Turm der Welt. Ich als der Erzähler dieser Geschichte könnte noch stundenlang von diesem Turm schwärmen, und Sie glauben gar nicht, wie schwer es mir fällt, dies nicht zu tun. Andererseits, Sie haben doch Zeit, oder? Draußen regnet es doch sowieso. Der frühere König des Landes liebte Tulpen über alles. Und die Einwohner des kleinen Dörfchens liebten ihren König. Und weil das alles kleine Arschkrichtekten waren, haben sie den Turm in Form einer Tulpe gebaut. Wissen Sie was? Sie sollten in dem Ort mal Urlaub machen, um das Gebäude zu bestaunen. Wie? Sie wissen gar nicht, wie der Ort wirklich heißt? Hoppla, da haben Sie natürlich recht. Dann fahren Sie stattdessen ins Allgäu, wo ebenfalls schöne Kirchtürme stehen. Und wenn Sie schon mal dort sind, klingeln Sie bei Maxim Gundelach. Er freut sich über jeden Besuch, vor allem, wenn dieser weiblich blond und attraktiv ist. Doch ich schweife ab. Zurück zur Geschichte. Ein rostiger, alter Lieferwagen bog um die Ecke und fuhr über ein Lindenblatt, das gerade von einem Eichenbaum gefallen war. Wie wir alle wissen, kann das ja eigentlich gar nicht sein. Aber da kennen Sie Manfred schlecht. Denn der steigt ständig auf irgendwelche Bäume und lässt an anderer Bäume Blätter fallen. Was denken Sie, wie oft das schon zu Verwirrungen unter der Zivilbevölkerung geführt hat. Doch zurück zur Geschichte. Das Lindenblatt hatte keine Chance. Es war auf der Stelle tot. Ein nicht von den Lieferwagenfahrern eilig herbeigerufener Arzt stellte die ernüchternde Diagnose Blattus platus durch Rassus liefervagus. Anschließend wurde im Dorf über ein generelles Tempolimit diskutiert. Ziemlich doof, denn über Manfred diskutierte wieder niemand. Und den alten Lieferwagen, der das wehrlose Blatt überfahren hatte, kümmerte dies wenig. Statt stehen zu bleiben und erste Hilfe zu leisten, hielt er vor einem überdimensional winzigen Lebensmittelgeschäft. Der Laden war so winzig, dass nur Kinder darin einkaufen konnten und das selbst nur dann, wenn sie sehr kleine Kinder waren oder gebückt gingen. Dem Fahrer des Lieferwagens gehörte dieses winzige Lädchen. Er stand kurz vor dem Ruin, weil der Umsatz aus unerfindlichen Gründen negativ war. Zwei faule Gäule, die auf einem Mofa angeradelt kamen, dessen Motor kaputt gegangen war, grüßten den Ladenbesitzer mürrisch und fuhren einfach weiter, ohne etwas zu kaufen. Da regte sich der Ladenbesitzer tierisch auf und schimpfte. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts neben ihm sein Vater auf. Das war in diesem Dorf aber nichts Besonderes. Dort verschwanden Leute immer wieder und tauchten plötzlich woanders auf. Dieses Phänomen ging auf die Außerirdischen zurück, die das Dorf für ihre Untersuchungen missbrauchten. Oder was glauben Sie, weshalb Menschen sonst einen Kirchturm in Tulpenform bauen? Doch zurück zur Geschichte. Der Vater des Lieferwagenfahrers stieg gerade in sein hellblau-violett kariertes Auto, als er von seinem Sprössling noch eine Landkarte gereicht bekam, damit er den Weg auch gut finden konnte. Und dann fuhr der Mann los. Zu seinem Pech waren auf der Landkarte aber bloß Wanderwege eingezeichnet, weshalb sich der Arme so sehr verfranzte, dass er in Hinterdupfenhausen landete. Und diesen Ort gibt es jetzt übrigens wirklich. Aber machen Sie sich nicht die Mühe, ihn in einem Atlas oder bei Google Maps zu suchen, denn Sie finden ihn bloß, wenn Sie eine Wanderkarte der Region besitzen. Die größte Attraktion von Hinterdupfenhausen stellte der große grüne Stachelbär dar, den interessierte Tierfreunde im örtlichen Streichelzoo bewundern konnten. Doch der alte Mann wollte niemanden streicheln, sondern bloß schnell wieder aus der Ortschaft herausfinden. Leider konnte er keine Passanten nach dem richtigen Weg fragen, denn alle Hinterdupfenhausener befanden sich gerade in einem Raumschiff der Außerirdischen. Und deshalb bezahlte er den maßlos überzogenen Eintrittspreis des Streichelzooes, um sich dort beim Stachelbär zu erkundigen. Zum Glück wusste dieser ganz genau Bescheid. Überglücklich, den richtigen Weg nun zu kennen, stieg der alte Mann wieder in seinen Wagen und fuhr direkt auf die Autobahn. Auf dieser mußte er sich allerdings ständig überholen lassen, was den Mann schwer erzürnte, sodass er wie ein Rohrspatz zu schimpfen begann. Er trat voll aus Gaspedal, aber das nützte nichts, denn im nächsten Moment überholte ihn sogar ein Fahrradfahrer. Das war aber eigentlich nichts Besonderes, denn das Auto war schon sehr alt. Und außerdem handelte es sich bei dem Fahrradfahrer um Ulrich Jan, einen Profi-Handballer, der gerade Konditionseinheiten schob. Trotzdem stellte der alte Mann sein Auto vor lauter Ärger am Fahrbahnrand ab. Dort wartete bereits der große grüne Stachelbär auf ihn, der alte Halunke. Weil ihn niemand gestreichelt hatte, war er dem alten Mann aus purer Langeweile einfach hinterhergelaufen und hatte ihn irgendwann sogar unbemerkt überholt. Der alte Mann klagte dem Stachelbär, der zufälligerweise auch Erich hieß, genauso wie der alte Mann, sein Leid. Sein Auto sei so lahm, motzte er. Er hatte Glück im Unglück, weil der Stachelbär ein hervorragender Automechaniker war. Doch bevor er sich um den Motor kümmerte, wollte er ausgiebig gestreichelt werden. Nachdem das Auto repariert war, fuhren Erich und Erich weiter und trafen letztlich wieder in Vorderdupfenhausen ein. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Ladenbesitzer schon wieder verschwunden. Verdammte Außerirdische! Müssen wir halt warten, meinte da der alte Mann. Vertreiben wir uns die Zeit mit Spielen, schlug der Stachelbär vor. Kannst du Mau Mau? Und so kam es, dass die zwei plötzlich Mau Mau zockten, obwohl sie gar keine Spielkarten hatten. Doch diese Begebenheit sollte ihnen erst viele Jahre später auffallen. Sie spielten sowieso nicht lange, weil sich der alte Mann ständig beklagte, dass der Stachelbär so viele Joker auf der Hand hatte. Du morgelst doch, rief er entrüstet und warf dem Stachelbär eine faulige Tomate ins Gesicht. Mh, lecker, grunzte der Stachelbär und bat um eine weitere. Ich habe keine mehr, antwortete der alte Mann und warf ihm stattdessen eine schimmelige Banane ins Gesicht. Mh, lecker, raunte der Stachelbär. Hey, ich will auch was haben, schallte da eine Stimme hinter den beiden. Es war der Müffelbüffel. Hallo, Müffelbüffel, grüßte der Stachelbär. Bist du ebenfalls ausgebrochen? Ja, antwortete der Müffelbüffel. Niemand hat mich gestreichelt und da bin ich einfach gegangen. Und jetzt gibt mir endlich was zu fressen. Weil der alte Mann sich aber weigerte, dem Müffelbüffel etwas zu geben, fraß dieser den alten Mann einfach auf. Daraufhin machten die beiden Tiere eine Spritztour mit dem Auto des alten Mannes. Aber dem Müffelbüffel ging es nicht schnell genug und so beschloss er auszusteigen und eine Wanderung durch die schöne Landschaft zu unternehmen. Leider hatte er dabei vergessen, die Wanderkarte aus dem Auto mitzunehmen, so daß er sich schrecklich verlief. Zum Glück trug er wenigstens ein Handy bei sich. So konnte er wenigstens etwas fressen und musste nicht verhungern. Auch wenn ihm das Mobiltelefon dann schwer im Magen lag. Irgendwann landete vor ihm ein UFO, aus welchem völlig entkräftet der Ladenbesitzer ausstieg. Der Müffelbüffel fragte die Außerirdischen nach dem richtigen Weg zurück zur Straße. Leider wussten die ihn aber auch nicht. Und so irrten der Müffelbüffel und der Ladenbesitzer noch eine Weile umher, bis sie endlich an die Straße gelangten, auf welcher der Stachelbär zur Überraschung aller in einem Cabrio angefahren kam. »Lasst uns alle nach Hause fahren«, schlug der Stachelbär vor. »Das ist eine gute Idee, Papa«, erwiderte der Ladenbesitzer. »Du bist sein Vater?«, fragte der Müffelbüffel erstaunt. »Aber dann bin ich ja dein Neffe.« »Kann gar nicht sein, wir sind doch verheiratet.« »Heiß ich dann etwa auch Erich?« »Genau so ist es, Walter.« Plötzlich kam Manfred mit einem Laubhaufen unter dem Arm angelaufen. »Was willst du denn mit diesem Laubhaufen?«, fragte der Ladenbesitzer. »Damit will ich Außerirdische fangen.« »Haha, du Dummerchen, es gibt doch gar keine Außerirdische«, lachte der Müffelbüffel Manfred aus. »In diesem Augenblick kam der Osterhase um die Ecke gehoppelt, der verfolgt wurde vom Weihnachtsmann, und der wiederum verfolgt wurde vom Yeti, der wiederum verfolgt wurde vom Monster von Loch Ness, das wiederum verfolgt wurde von einem Außerirdischen.« »Siehst du, es gibt sie sehr wohl«, triumphierte Manfred. »Da blieb der Außerirdische, welcher genau wie der Osterhase und der Yeti Siegfried hieß, vor den vier sonderbaren Gestalten stehen.« Er sah sich den Stachelbär genau an und befand, dass dieser ein optimales Versuchsobjekt abgeben würde. Nun mußte er ihn nur noch unter einem wadenscheinigen Vorwand in sein Raumschiff locken. Zum Glück wußte er auch einen. »Und es funktionierte. Natürlich komme ich mit. Ich liebe Mau Mau«, jubelte der Stachelbär. »Doch sei gewarnt. Ich spiele sehr gut.« Die restlichen Personen schauten sich verdutzt an und fragten sich, was sie an diesem Tag noch unternehmen konnten. Schließlich sollte es noch eine Weile bis zur Nacht dauern. Aber da hatten sie die Rechnung ohne die Sonne gemacht, die den ganzen Mist mit den Außerirdischen nicht mehr ertragen konnte und daher beschloss, in ein anderes Universum umzusiedeln. Um es vorwegzunehmen, lange sollte sie es auch dort nicht aushalten. Denn in der anderen Galaxie waren ja noch viel mehr Außerirdische. Der Stachelbär kehrte übrigens auch wieder von den Außerirdischen zurück. Und zwar als reicher Profikartenspieler. Er hatte eine Glückssträhne gehabt und ein Raumschiff gewonnen. Er verkaufte dieses auf dem Schwarzmarkt und konnte somit dem Ladenbesitzer eine höhere Decke bezahlen und dem Müffelbüffel eine Streichelmaschine sowie Duschgel kaufen. Und so lebten sie alle in Frieden bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie nicht mittlerweile gestorben sind, dann suchen sie noch heute die Moral von der Geschichte. Bist du endlich fertig? Wir wollten doch in die Stadt Mau Mau Karten kaufen. Ja, ja, komm ja schon. Hast du auch die Wanderkarte? Natürlich hab ich die. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020